so ein kleiner zusatz noch ich hätte vielleicht sagen können noch sagen können mit wem ich in der mannschaft spiele also ich habe das glück mit han ying zusammen in der mannschaft zu sein mit gachina und liping und außerdem dann noch noch vier inder also einmal gosh ein jugendspieler also eine nachwuchshoffnung aus indien noch dann momita das die ist auch recht bekannt im tischtennis hatte jetzt auch die 16 der weltmeisterschaft in düsseldorf und auch noch eine jugendspielerin aus indien das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen können also ja die mannschaften sind echt stark besetzt das hat man im vorfeld vielleicht nicht erwartet aber ja ich denke es gibt es gibt keine vergleichbare vergleichbare liga wert also ich freue mich